Ja, hi, hier ist Nick, euer Taktik-Typ. Es ist gerade so ein Special-Event und zwar hat, er macht Chaos, einen Spender versteckt. Und wir vermuten, dass da oben auf dem Knubbel dieser Spender ist und wir vermuten weiterhin, weil es auch den Tipp gab, dass das Geheimnis hier im Wasser liegt, dass irgendwo hier unten ein Lift-Up-Schild ist, das einen direkt nach da oben befördert und da oben ist dann der Spender. Und Vini stirbt einfach unter Wasser. Ja, bist du auch in die richtige Richtung. Ja, 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 ja. Ja, du musst genau unter mir sein. Da ist der, da muss dann irgendwo der Knubbel, also ne, der Lift-Up-Schild sein. Max, nee, schwimmt irgendwo herum. Oder Vini, stell du dich mal hier hin. Ah, jetzt kann ich nicht. Und wehe, Bananensuppe schafft das jetzt. Ja, ein bisschen weiter nach vorne. Bananensuppe macht ich mit. Was? Bananensuppe macht, glaube ich, nicht mit. Natürlich macht der mit. Und der ist näher dran als du. Scheiße. Mach's bauen. Ah, das ist... Sonst lass mich gleich mal probieren. Also, Vini ist essen. Und dann stellt er sich da hin und ich kriege die Chance, hier unten in die Schlucht zu gehen. Warum ist das? Achso, da ist einfach nur Glowstone. Aber hier vorne geht's rein. Und dann versuche ich genau dahin zu kommen, wo Vini steht. Mit der Hoffnung, dass da das Schild steht, damit ich hochkomme. Also, wir haben vorher schon den ganzen verdammten Spawn-Up gesucht. Aber sind zu keinem Ergebnis gekommen. Bevor ich hier verrecke. Ja. Ich könnte jetzt auch schreiben, kaufe für 20 Menschen. Vini, bist du wieder da? Nein. Niemals. Äh, niemals. Niemals. Okay, rein. Scheiße, man sieht den Namen wirklich nicht. Warte, warte, ich... Bin ich hier jetzt immer nur so rein? Versuch was. Ne, muss weg. Okay, ich probiere erstmal nochmal ein bisschen weiter hier. So, ich hab mir jetzt den Trank einen reingezogen. Und ich versuche jetzt, da vorne hinzukommen. Hast du unter Wasseratmung oder Nachtsicht? Ich hab Nachtsicht. Boah, da sieht die Welt echt komplett anders aus. Das ist ja voll geil. Aber das klappt, glaub ich, nicht. Ich glaub, ich bin schon dran vorbei. Und wieder ab zum Spawn. Ja, und es ändert wieder nichts. Okay. Ich stell mich da nochmal hin, ne? Eben kann der Tipp. Oh, wo ist der Typ? Marz, HND, der ist schon in der Nähe. Wo ist der denn, bitte? Vini, wo ist der? Boah, wie man alles sehen kann. Und wie er alles aufs Gravel ist. Vini, wo ist der Typ? Weiß ich nicht. Hä, wo ist der? Aber guck mal, dieses Loch hier vorne. Das war da doch noch nicht immer, oder? Das Loch. Das Loch hier? Warte, ich stell mich nochmal da drunter. Ja, ich putter noch meine Bananen. Okay. Zielstrebig drauf los. Da hinten irgendwo in so eine Lücke. Nicht groß unter Wasser. Einfach zielstrebig. Warte. Da hin. Links. Nach links. Nach links? Nach links geht nicht. Ja, dann geht's nicht. Doch, ich seh deinen Namen. Ja, aber da kann man ja... Boah. Stell du dich nochmal hier hin. Ja, man kommt da nicht hin. Wir müssen diesen Marz finden. Wo ist der? Wo ist der Junge? Da vorne. Was ist da unten? Ist der das? Es gab noch den Tipp, in der Nähe ist Sand. Vielleicht hier vorne. Wo ist der denn bitte? Ist der das? Ja, da unten. Versteckt er sich jetzt extra da unten in der U-Bahn? Aber Nachtsicht ist ja echt Hammer. Man sieht ja komplett alles im Wasser. Ach, verdammt ey. Muss noch mal ne Pause machen. Weißt du, dann sieht man sowas hier. Da ich einfach schon dreimal dran vorbeigelaufen bin. Wie kann das sein? Wo bist denn du immer langgelaufen? Ja, hier hinten bin ich auch langgelaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich dreimal dran vorbeigelaufen bin. Äh, kann es sein, dass du hier irgendwo... Weil auf der anderen Seite bin ich viermal langgelaufen. Boah, geh da rein. Er hat es. Er hat es. Wo muss man lang? Wo muss man lang? Als ob. Kommt man da komplett unten durch? Ja. Ach, der ist hier schon da unten. Nein. Doch, ich hab noch die Sprungverstärkung. Oh, jetzt muss man jump and run, jump and run. Jump and run, okay. Und jetzt da hoch. Ich bin er, ich bin er. Links rum. Oh, da hoch muss man, da hoch muss man. Ach du scheiße, wehe. Die anderen kommen noch. Sollen die hier lang? Okay, 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 geh, 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 geh. Geh schneller, Vini. Ja, ich komme. Los, los, los. Oh, mein Gott. 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 Geht aber nicht verrecken. Komm, Vini, geh. Ja, 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 ja. Wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Ist da das Lift-Abschild? Ich drehe... Ja, es klappt nicht. Nicht, geh da mal weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Geh weg. Oh, mein Gott. Wie, das Lift... Nicht, geh da mal weg. Da steht, der Lift hat kein Destination. Jetzt geh hoch. Vini, was machst du? Klappt nicht. Geh mal weg. Das Scheiß-Ding hat kein Destination. Schreib mal, schreib mal, schreib mal. Okay, dann mach ich hier gerade unterbrechen. Der schreibt Chaos, das ist das falsche Schild, wenn das nicht geht. Okay, hier. Nein, da läuft ein anderer lang. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Boah, das Sche... Wie soll man das schaffen? Ja, Mann! Bananen-Supp ist da. Nein, 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 nein. So geht das hier nicht. Nein, jetzt bin ich da runtergefallen. Ja, ich hab's! Als ob, als ob. Bist du oben? Oh, was mich... Ey, der soll da wecken jetzt. Kommt da raus. Ey, warum sammle... Warum kann ich das nicht einsammeln? Willst du nicht verarschen? Hä? Oh, Mann! Was sonst... Jo! Was, Jo? Ich bin auch, oder? Ja, nur Bananen-Suppe sammelt das ein. Wie? Da ist nichts mehr drin. Oh, nee, spring ich hier runter. Jetzt spring ich hier runter. Schmoll, schmoll, schmoll. Jawohl, wir haben es aber geschafft, Vini. Warst du eher als Bananen-Suppe da oben? Nein, aber das... Wie, nein? Aber ich hab immer gedrückt. Yes! Ja, er schreibt dir, du bekommst den Kram. Leider, vor allem ist der Spender jetzt schon weg. Aber ein nettes Ding hier oben. Da sieht man den Spawn. Wunderschön. Hammer. Sowas ist geil. Okay, ich springe runter. Und dann war's das mit dieser Folge. Ich sage Tschüss. Euer Nick. Wow. Also hier bin ich nochmal kurz. Vini, sag nochmal, was du jetzt als Preis bekommen hast. Äh, drei Dirschzacken, zwei Eisenblöcke, zwei Lapisblöcke und zwei Schwämme. Und Bananen-Suppe hat irgendein verzaubertes Buch behalten. Oder halt ein beschriebenes Buch. Das wissen wir jetzt nicht genau. Aber damit sagen wir endgültig, bis zum nächsten Mal. Euer Nick. Und ja, vielleicht kommt gleich schon die nächste Folge, wenn man hier so sieht, was in der Luft rumschwebt. Man weiß es nicht. Also tschüss. Und ja, vielleicht kommt gleich schon die Folge, wenn man hier so sieht, was in der Luft rumschwebt.